durch sein läuft allen durch dieses Wasser kann irgendwas jetzt geht's wieder weiß ob die überhaupt die es wird ja gut wird eh geladen weil wir jetzt sind aber wenn sie gerne Maschine von Actually Edentions arbeiten wir nicht haben wir keine Rechte na gut wir könnten so irgendwie einstellen dass sie Rechte kriegen oder es hat einmal erwischt sich jemand wiederum mit dem Mod auseinandersetzen das heißt es ist Arbeit Leute wir sind faul du bist verordnet wir es weil du dafür zuständig bist nein das ist deine Baustelle das ist meine Baustelle was ist überhaupt hier deine Baustelle ich würde sagen wenn du das Modback machst ich muss es auf den Server tun das reicht ja nur weil du mir keine rechte Versorgung gibst ich hab den Server bezahlt also jaaa jaaa wir bettet das geschehen es ist Kanola Kammer Kanola Press das sind halt unsere probleme und was den euro das ist uns wissen schreibt es in die kommentare wollen wir das wissen ja nein dumme jahren hört ja bald auf ich weiß nicht meine letzte sendung oder ist aufgehört hat schon lange oder kann ich in dem dialekt wahrscheinlich 90% anrufe aber okay ja aber man konnte gut zu hören einfach mal das war immer recht entspannt er die geschichte macht ja die Leute hatten das weiter hat nicht mehr so nachvollziehbar die das so erzählt haben deswegen keine ahnung bin ja nicht der freund davon hast zwar recht aber aber es war trotzdem schnell ja man wenn ich alles bin also mal überlegt was die da alles hoch derzeit haben und vor allem das leuchte über einen öffentlichen kernsehen und aber es ist ja kein armen und so fällt ja nix weiter kann aber dahinter steckt der reich der dort anrufen und irgendwas daher labern und sagen was die und die probleme und das und das sind ich weiß nicht hier steht das glaube ich gar nicht so ganz einfach länge über 3600 episoden erster strahl am 3. april 1995 davon sind wir noch eine weile entfernt durchaus aber wir bieten ihn locker na wir bieten ihn locker er hat 25 jahre dafür gebraucht wir brauchen nicht so naja das ist schon lang wenn du dir das so vorstellt die feiserte und unsere fahrende wirklich noch für die verarbeitet ja wir bräuchten halt mal auf dem entgegen bauersache strahm ja erfahrend das waren für effektivere fahrend nennen der euro nur dann wollen wir da nicht zwingend nix und sonst noch es gibt halt den Mist eine Farm er wird können die Dingsfarm nehmen die Agrikultur Farm Dingspuster gelöse die hat ja nur Holz gekostet und da wir hatten geheißen progressive Automatik pro wie viel Automatisierung button was button Miner ne meiner wollen wir net plan da auch net button Generator stone Generator I know button Endemel Planter wie heißt denn das Teil was hat wie es heißt äh shopper ein plant in house all types of three shopper genau button Kraft da ist da ein Kraft da gute Schuppe unser guter Schuppe der kostet eigentlich nichts aber braucht halt immer seine Spitzacken naja wenn dann nimmt man aber schon ein bisschen besser nehmen kann könnte man das teure heißen ja weil ich spitzacken und das kann man ja geben man da wurden da natürlich der günstigste das Problem ist wenn man in Eisen geben bräuchte er ja auch seine Eisen Werkzeuge genau wir können einfach den Boden nehmen und dann hat dafür mehr aufstellen davon und holz ist halt holz immer eh aber das gibt aber nur ein passende wurden shopper und und wurden Planter ist für alles andere für Korps der Räder Korps er baum erhalten also wurden shopper stellen wir nicht mal auf kann er so kleine Farmbauern die alle zusammen schließen irgendwie kraftest du oder ja und da was braun kein Fehler er macht vier stück kommers von 480 und Blender gibt es da noch was kann und Kraft das heißt wir brauchen den Blender stück also kennt das kann ich meine vier holster was allerdings da für die anderen form brauchst du planter genau weil man plant und das zu dem holz die frage ob er damit klar kommt dass wir was machst du also völlig irritiert ja ich dachte du brauchst die chuppa chuppa ich brauche holz wo ist das holz hin du hast dir das ganze holz geklaut ganze holz brauchst du noch kisten ja dann bau mal auf 20 kisten also shopper einmal mit profis schau mal wie er funktioniert überhaupt das ist ja reich war der 1 da gibt es eine abbrech add tools vielleicht kein coverstone was denn ist den coverstone berlin getan dieser typ 3.000 Karpester besser Toro Dingsbums da hier war nein sowas so was braucht man hier drin alles wir brauchen mehr brauchen Holz Holz ich hab kein Holz Milch da hier ist da in der Küste habe ich noch ein bisschen rationalisieren ich brauch zwei der Plan der Platte glaube auf der gleichen Ebene na echt jetzt sollten zerstört das weg traumhaft das das ding ist verschwunden ja so ich brauche holz super baumfällen die axt ja der hat ein range von eins halt das hat er jetzt gemacht abgebaut ja wie das mein axt war zu schwach oder zu geholfen ja okay ja dann vielleicht war es auch einfach ein zusammenhängendes zu groß zusammenhängendes Konflikt die haben ja immer gewisse Reinschaft drin wie Weize ja schon komisch so 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 wenn ich sie dem jetzt integriere dann passiert vorliegendes ähm der braucht brennstoff und das ist doch awesome Achso der muss ja, okay, der blendet ja auch in Kreis rundherum, gell. Ist der wirklich da unten? Ja, den muss ich hoch vorausstellen. Aber jetzt weil ich mit der Axt abbauen bei, sonst... Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt hier neun. Nein, gell. Wer tragt mir ja draußen noch einen dran. Wie? Ich kann den nicht abbauen. Kann ich abbauen damit. Stein. Ähm, wartet in Asterlinge. Kann ich auch nicht abbauen. Spitzacke? Spitzacke kann man abbauen. Spitzacke. Oder direkt aggressiv. Ja, voll, ey. Hast du ne abgehört? Ne. Wurde nicht hinter. Das kriegst du, was sie jetzt kriegst. Bisschen was zum Kokeln. Das Deck. So. Wie schnell arbeitet der jetzt? Der arbeitet erstmal ohne Töne. Das flackert wieder alles bei mir. Ja. Was wirklich, warum die Laub flattert? Keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen. Das war doch letztens mal noch nicht so. Habe ich nie drauf geachtet. Ja. Das wird auch sein, aber es fällt auch auf. Vielleicht weil wir letztes Mal auch im Haus gearbeitet haben. Ehm. Deswegen weiß man nicht. Mein Herz. Nein. Verschwinde nicht. Erwider ist. Nein. Mein Herz. Mein Herz. Was Feuer. Yeah. Ernted. Oder hat der geerntet oder hast du das geerntet? Wie war das denn? Waiting. Auf was wartet der denn? Ich hänge fest. Was macht der denn jetzt? Hängst du auf? Hörst du das? Ja. Nein. Das hat gerade keiner verstanden. Das war einfach, weil das eine grün war. Also es war grün wegen der Bottling-Camp. Bei dieser ultimative Strahl hier. Maschine. Dann sind du wieder voll mit Wasser. So, der wartet aber auch was. Rating. Können wir alle wegnehmen? Was macht der da? Machst du das jetzt? Nein. Das war. Die Gießkanne vielleicht? Gießkanne. Placierte kann Wasser. Oder es war. Dein Coplander. Der platzierte kann Wasser oder? Weiß es doch nicht. Meinst? Welcher Ebene muss denn der? Der macht doch gar nichts. Super. Doch überhaupt irgendwas müsst ihr doch mal machen. Hast du eine Hora? Ist drin. Hat er ja noch kein einziges Mal benutzt. Alter, aber dass man, wenn man hier drauf kommt. Weißt du das? Was? Das. Weil er hat gerade geholt. Nee, ich war nicht. Weißt du halt, wer gibt dir die ganze Zeit die Gießkanne. Die werden komplett entglärt. Du musst einfach nur ein Sitter hin platzieren. Wollte ich gerade die ganze Zeit. So, also der macht aber trotzdem irgendwie nix. Hohen Duder, oder? Mhm. Ja. Ja, die Frage ist jetzt, warum der nichts platziert. Das ist die gute Frage. Dann Coplander. Ja.